Ja hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge The Invasion Mod. Ich bin alleine. Und ihr seht hier schon diese gewaltige Burg mit dem Helikopter da komisch. Diese Burg heißt es zu verteidigen. Es werden in verschiedenen Abständen riesengroße Waves kommen von Mobs. Wo ich gerade keine Burg habe. Und ich muss hier oben ist ein Nexus. Den muss man beschützen. So wie beschütze ich das? Ich habe hier bisher Waffen, Granaten und zuletzt aus Rettung ist mein Helikopter. Und es. Aktiviert wieder durch diesen Katalyst. Und dann erst schon bereit machen. Ich schnappe hier schon mal ein bisschen Munition. So. Die kommen schon. Ich habe sie ein bisschen modifiziert mit Schalldämpfer. Und so. 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 Und wenn die Mops Killed. Hier kommt sie schon. Ich ziehe da mal eine Spinne. Ja. Ja. Ich habe auch Damage Indicator mit integriert. Das machen wir als Sie. Was für Leben diese Mobs sind. So. Der Drohner von Alex. Das wäre vielleicht perfekt. Ich denke ich hier auch mal so ein bisschen mit Dennerwaffe aus. Ja. Wifo ist. Kompli So, dann nehme ich Schmutzfell und dann nehme ich Schmutzfell, aber ich seh nie. Ich versuche hier im Moment hier umzudessen. Ich muss nun mal in der Game Mode 1. Ich hab was vergessen, zack, 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 zack. Ne, du bist vom Tor, ich wollte das hier noch einmal. Und ich muss mich natürlich einkleiden. So, jetzt gefällt mir das schon besser auf dem Sniper. Ja. Wave 12, almost cleared. Ich denke ein bisschen, ein bisschen lauter können wir das machen. Geht geil weiter. So, Ozeon, muss ich... Scheiße, scheiße, scheiße. Nichts mehr Scheiße. So. Und dann soll ich auch wieder das zuschießen. Ich sollte auch bitte meine Waffen und die in der Inventarleichte haben. Geht geil weiter. Geht geil. Geht geil. Geht geil. Ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe es nicht mehr gesehen. Oh, jetzt haben wir hier 10 Mobs gekillt. Wir sind jetzt bei Wave 3. Ich hatte auch nicht mal hier vor, noch ein Geschütz aufzustellen. Ja, ich hab da jetzt drüber positioniert. Was macht man es halt so? Ich bin Papo. Wofür? Ähm. 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 da muss ich mal kurz halten bitte kurz handeln um Kutzkanaten Treffer Nicht vergessen, dass ich immer blöcke, mitzunehmen zum Power. Es gibt brillante Fächer, es gibt nicht so brillante Fächer. So, alles wieder vieler Palletti. Nein. Ich hab das noch gespielt, dann hab ich da auf dem Mitteltor eher beschützt, den Nexus. Und zwar der Nexus war in der Luft, Kanker. Ja, war bei Welle 15. Hat man gemeint. What? Scheiße. Und das meine ich. Auf dem Tum zu treffen, das ist so verdammt schwer. 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 34 Mops killed. Ich bin gut. Ich habe die Kronade gespare ich mal nicht noch auf. Wow, die macht nur 12 damage. Nett. Ich bin zwischen 5 und 6. Ich werde die P90 aufbauen und die P90 aufbauen. k es wird das wollte zerstört von der ersten Folge bis dahin kopf hoch und tschö